Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel sagt in Psalm 84, Vers 5, Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Und mit dem Haus Gottes ist im Alten Testament natürlich der Tempel gemeint, aber das Haus Gottes gibt es auch noch im Neuen Testament. Und die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 14 bis 15, Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Es gibt immer noch ein Haus Gottes und im Neuen Testament ist das nicht das Gebäude des Tempels, sondern es ist eine örtliche Kirche, eine örtliche Versammlung von Christen. Und das ist ein wunderbarer Vers in Psalm 84, Vers 5, der uns zeigt, was der Schlüssel ist zu einem Leben, das beständig bei Gott bleibt, zu einem Leben, in dem wir beständig für immer Gott preisen, Gott loben, mit ihm Gemeinschaft haben. Der Schlüssel ist, im Haus Gottes zu sein. Der Schlüssel ist, zur Kirche zu gehen. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen und jeder macht als Christ schwierige Zeiten durch. Zeiten, in denen wir vielleicht ein bisschen zurückfallen, in denen wir mit Sünde zu kämpfen haben. Jeden von uns betrifft das, mich eingeschlossen. Wir alle haben mit Sünde hier und dazu kämpfen. Wir alle fallen mal ein bisschen zurück. Aber was ist der Schlüssel, nicht völlig zurückzufallen, nicht völlig in die Welt zurückzugehen, sich einfach zu verabschieden? Was ist der Schlüssel dazu? Das Minimum ist, zur Kirche zu gehen. Und diese Leute, auch wenn sie Schwierigkeiten durchmachen, auch wenn sie, ja, hier und da Fehler begehen, vielleicht sogar große Fehler. Sie werden trotzdem Gott alle Zeit mindestens preisen, auch wenn sie vielleicht nicht großartige Taten tun werden, auch wenn sie vielleicht nicht die großartigsten Diener Gottes werden. Hey, sie werden immerhin Gott alle Zeit preisen und nicht völlig in die Welt zurückgehen. Der Schlüssel, nicht völlig zurückzufallen als Christ, ist zur Kirche zu gehen. Diese kurze Folge soll für dich ein Ansporn sein, regelmäßig zur Kirche zu gehen, nicht die Kirche zu verlassen und das die Bibel eindeutig in Hebräer 10 Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heran anseht. Die Bibel ermahnt uns, dass wir eben andere ermahnen sollen. Wir sollen einander ermahnen, dass wir zur Kirche gehen, dass wir unsere Gemeinde besuchen, unsere örtliche Baptistengemeinde im Optimalfall. Und auch wenn deine Kirche nicht perfekt ist, du solltest schlau sein und demütig sein und einfach trotzdem zur Kirche gehen, auch wenn es keine perfekte Kirche ist. Und ich weiß, dass es schwierig ist in Deutschland, aber hey, du willst der Christ sein, der nicht völlig zurückfällt, der nicht ein völlig weltliches Leben lebt. Und der Schlüssel dazu ist eben, regelmäßig zur Kirche zu gehen. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Das ist eine großartige Motivation. Sogar schon im Alten Testament finden wir das eben, wie wir Gott alle Zeit preisen können. Es gibt immer einen Grund, Gott zu loben, ihn zu preisen. Ja, preisen bedeutet loben. Und auch wenn du in einer schwierigen Zeit bist, hey, geh trotzdem zur Kirche, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Jeder Christ wird sich damit identifizieren können, dass es Situationen gibt, in denen wir nicht zur Kirche gehen wollen, weil wir vielleicht einen großen Fehler begangen haben, eine große Sünde in unserem Leben, weil wir vielleicht ein bisschen zurückgefallen sind. Aber das ist genau der richtige Moment, um zur Kirche zu gehen. Denn dann wirst du Gott trotzdem alle Zeit preisen. Denn es gibt immer einen Grund, Gott zu danken. Es gibt immer einen Grund, Gott zu preisen. Und diese Folge ist wichtig in Zeiten, in denen die biblische Institution der örtlichen Neu-Testämmerlichen Gemeinde angegriffen wird von Feinden Gottes, von Feinden der Bibel, die sich selbst als Christen ausgeben. Und die Kirche, und die Bibel spricht natürlich von Kirche als von einer Versammlung. Es geht bei der biblischen Kirche nicht um eine Denomination. Lass mich das dazu sagen. Kirche in der Bibel ist eine Versammlung von Gläubigen mit einer bestimmten Struktur. Also nicht irgendeine Versammlung von Gläubigen. Es gibt bestimmte Ämter in der Kirche, die von der Bibel festgelegt sind. Und ja, das ist eine Organisation. Aber dann gibt es diese Schlaumeier, die sich schlauer fühlen als die Bibel und sagen, dass es irgendwie buchstäblich vom Satan sei. Erst kürzlich habe ich wieder einen Kommentar bekommen auf YouTube. Das ist alles vom Satan. Gott möchte nicht, dass wir in einer Kirche sind. Warte mal, die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 10, Vers 25, in dem wir unsere eigene Versammlung. Und was ist eine Versammlung? Kirche. Das sind Synonyme. Das wird in der Bibel synonym verwendet, in dem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, sondern eine ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag heran anseht. Wir sollen zur Kirche gehen. Ja, die Organisation der Kirche, der örtlichen Kirche, Gemeinde, Versammlung ist biblisch. Ja, Gott will, dass wir zur Kirche gehen. Gott fordert uns dazu auf. Das ist das Mindeste, was du tun solltest. Das absolute Minimum. Und ja, eine Kirche ist eine Organisation mit einer Hierarchie. Es gibt Ämter in der Gemeinde. Das Haupte einer Kirche ist natürlich Jesus Christus selbst. Das ist die Bibel eindeutig. Nicht irgendeine Denomination. Jede Kirche, das heißt jede Gemeinde, jede Versammlung sollte unabhängig sein und sich nicht einer Denomination unterordnen. Denn das Haupt ist eben Jesus Christus. Und der Unterhirte sozusagen ist der Pastor, der als von Jesus Christus selbst eingesetzter Mann Gottes die Gemeinde leitet. Und Leute lehnen das ab, weil sie einfach offensichtlich schlauer sind als die Bibel selbst. Aber ich habe schon eine Folge dazu gemacht zum Thema Gemeinde, zum Thema Kirche, dass du zur Kirche gehen solltest. Schau dir das unbedingt an. Werde ich unten verlinkt in der Beschreibung. Aber diese Folge soll vor allem ein Ansporn für dich sein, dass du zur Kirche gehst und dass du auch in schwierigen Zeiten dabei bleibst, regelmäßig deinen Gottesdienst zu besuchen. Denn dann wirst du Gott alle Zeit preisen. Und das heißt dann weiterhin Vers 6 hier, Psalm 84, Vers 6. Auch wenn wir durch das Tal der Tränen gehen, geh trotzdem zur Kirche, sei trotzdem im Haus Gottes, sei trotzdem in deiner Gemeinde und du wirst Gott preisen alle Zeit. Das ist das Versprechen, das uns die Bibel gibt. Ich hoffe, diese Folge war eine Motivation für dich. Gottes Segen, bis morgen.